Verstehe, wie JGPT tickt, also wie er denkt, wie er funktioniert. Es ist zwar ein Assistent, aber es ist kein menschlicher Assistent, also du musst ihm schon genau sagen, was du von ihm willst. Dazu nutzen wir Prompts, also Eingaben. Je genauer die sind, umso besser sind natürlich die Ergebnisse, die wir bekommen. Schauen wir uns das an. Also, wir sind jetzt angemeldet. Hier oben siehst du Version 3.5, die Version 4 geht nur mit Upgrade. Hier kannst du deine Seitenleiste öffnen, die machen wir jetzt mal zu. So, und jetzt starten wir einfach mal, wie wir üblicherweise starten. Schreibe einen Blogartikel weg, daraus ein Wörter zum Thema Wunderziehen. Das ist das Ergebnis. Als Anfang gar nicht so schlecht. Unser Anspruch ist natürlich, dass wir Top-Ergebnisse bekommen und dafür dürfen wir einige wichtige Grundregeln bei der Verwendung von JGPT berücksichtigen. Als erstes natürlich ein klares Ziel definieren. Was möchtest du als Endprodukt erhalten? Wenn wir also in unserem Beispiel einen hochwertigen Artikel für unseren Blog zum Thema Hundeerziehung erhalten wollen, der potenzielle Kunden anspricht, Mehrwert liefert und SEO-optimiert ist, um gut gefunden zu werden, dann hätten wir doch schon mal unser erstes Ziel. Dann ist natürlich wichtig die Vorbereitung, also welche Informationen braucht die KI überhaupt? Also in unserem Beispiel Hundeerziehung. Wer sind wir und was machen wir? Also unsere Basisdaten. Wie wollen wir wahrgenommen werden? Zum Beispiel Positionierung als Hundeprofi. Wer ist unser Zielkunde? Also Endverbraucher oder sind es vielleicht Organisationen, Hundeschulen oder wer weiß was? Welche Probleme lösen wir? Gibt es Referenzen, also Testimonials, die wir im Artikel verwenden können oder sollen? Dann müssen wir natürlich einen bestimmten Rahmen vorgeben. Also was darf und soll die KI machen und wie kreativ darf sie dabei sein? Welche Tonalität soll verwendet werden? Sie-Form, Du-Form oder Einzahl, Mehrzahl von Personen? Soll die KI professionell, informell, lustig formulieren? Wenn du ein Beispiel von einem tollen Artikel, egal aus welcher Branche, hast, dann gib es der KI. Verwende auch Negativ-Promts, wenn du etwas dezidiert ausschließen willst, zum Beispiel, dass Informationen von deinen Mitbewerbern berücksichtigt werden. Gib an, welches Ausgabeformat du haben möchtest. Also Text, HTML, Google Docs, Word-Dokument oder eine Tabelle, je nachdem, was du eben als Ausgabe haben willst. Nun zu einem ganz wichtigen Schritt, der KI eine Rolle geben. Wir können es zum Beispiel als Experten definieren. Du bist Experte für Fachgebiet bla bla bla, spezialisiert auf kreative neue Ideen in folgender Branche. Oder du gibst ihm die Rolle einer Person. Zum Beispiel, du bist Max Zuckerberg, möchtest ein neues Produkt entwickeln in Branche XY, um neue Zielgruppen zu. So, und jetzt aber wieder ab in die Praxis.